Willkommen in diesem wunderschönen Cayenne Teptronic in schwarz mit Luftfederung. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Die umfangreiche Sonderausstattung umfasst Luftfederung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, ein CD-Radio mit Navigation, PCM und Telefonmodul, elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorne und hinten. Elektrische Sitzverstellung am Fahrer- und Beifahrersitz. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Klimalage automatisch, 18 Zoll leicht verhältnete Metallflägen mit farbigen Radkappen und die Verkleidung des Himmels in schwarz. Weiche Lederpolster in schwarz sorgen auf den komfortablen Sitzen für Bequemlichkeit. Die elektrische Heckklappe sorgt für einfaches B- und N-Laden. Ein Skisack ist in der Armlehne hinten verstaut. Das elektrische Skibedach bietet einen hellen Innenraum und gleichzeitig Frischluft. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos filmen wir gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Für Ihre Sicherheit sorgen ABS, ESP, 6 Airbag, Xenonscheinwerfer, mit Regensensor und Scheinwerferreinigungsanlage, ein Parkpilot vorne und hinten, das Reserverad, Notrad und Nebellampen vorne. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Neben Gummimatten vorne und hinten stehen auch neue, originale Brasche Teppichfußmatten bereit. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss!